Oskar Werner war ein bedeutender österreichischer Film- und Bühnenschauspieler. Er wirkte in zahlreichen internationalen Filmproduktionen mit. Leben Oskar Werner wurde in Gampendorf, dem westlichen Teil des 6. Wiener Gemeindebezirks, Maria Hilf, in der Marketti-Gasse 1a geboren. Der Sohn einer Fabrikarbeiterin und eines Versicherungsvertreters wuchs nach der frühen Scheidung seiner Eltern in einfachen Verhältnissen bei Mutter und Großmutter auf. Als er acht Jahre alt war, versuchte seine Mutter, sich das Leben zu nehmen. Als 16-Jähriger wurde Werner Zeuge der Novemberpogrome 1938. Unter diesem Eindruck engagierte sich Werner zeitlebens als erklärter Pazifist gegen Nationalismus und Antisemitismus. Schon während seiner Schulzeit spielte Oskar Werner Rollen am Schultheater. Es folgten frühe Komparsenrollen bei Filmproduktionen, so hatte Werner kleinere Auftritte in zeittypischen Filmen wie Geld fällt vom Himmel oder Hotelsacher. Dazu kamen erste Sprechrollen im Rundfunk, beim Kabarett und am Theater. Die Schule verließ Oskar Werner nach nicht bestandener Matura ohne Abschluss. Nach seiner Schulzeit wurde er zum Reichsarbeitsdienst eingezogen. Am 1. Oktober 1941 erhielt Werner am Wiener Burgtheater ein Engagement. Sein Arbeitsvertrag wurde in den folgenden Jahren durch die Einberufung zum Dienst im Heer immer wieder beeinträchtigt. Aus Rücksicht auf eine mögliche Einberufung zum Wehrmachtsdienst werden Werners Verträge bis 1941 immer nur für einen Monat abgeschlossen. 1942 muss Werner zum Heer einrücken und wird tageweise nach Anforderung auf Arbeitsurlaub zur Verfügung gestellt. Auf Betreiben des Wiener Burgtheaters sollte für Oskar Werner eine Unabkömmlichkeitsstellung durchgesetzt werden, was jedoch erfolglos blieb. Daher entzog sich Oskar Werner 1945 dem Kriegsdienst in der Wehrmacht durch Desertion und Flucht nach Baden im Wienerwald. Dorthin begleiteten ihn seine damalige Ehefrau Elisabeth Kallina sowie beider 1944 geborene Tochter Eleonore. Unmittelbar nach Kriegsende spielte Oskar Werner wieder am Burgtheater im Ronacher. Werner legte nun auch seinen bürgerlichen Familiennamen Beschließmeier ab. Diesem Wunsch wurde am 4. Oktober 1946 amtlich entsprochen. 1949 begann Werner seine internationale Karriere beim Film mit der österreichisch-britischen Produktion Der Engel mit der Posaune. Nach weiteren Filmrollen unterzeichnete er einen Vertrag über eine siebenjährige Zusammenarbeit mit dem Produzenten Daryl F. Sannack in Hollywood. Dieser wurde jedoch von den Vertragspartnern vorzeitig aufgelöst. 1952 erwarb er in der Gemeinde Triesen in Lichtenstein ein Grundstück und baute darauf ein Haus, das 1974 wesentlich erweitert wurde. An der Pforte zu seinem Grundstück hing ein Schild mit der Aufschrift Gewährt, dass ich ersuche, keine unangesagten Besuche. Private, no visitors please. Neben diesem Anwesen besaß er noch weitere Immobilien in Tallern, in der Wachau und in Paris sowie Grundstücke in Spanien. 1954 heiratete Oscar Werner, von Elisabeth Kalina bereits geschieden, seine zweite Ehefrau Anne Power, die von Tyron Power adoptierte Tochter der französischen Schauspielerin Annabella. Aus einer späteren Beziehung mit Diana Anderson wurde 1966 der Sohn Felix Florian Werner geboren. Diana Anderson war die Tochter der US-Schauspielerin Joan Bennet, die in den 1940er Jahren unter der Regie von Fritz Lang zur Femme Fatale des Film Noir wurde. Von 1970 bis 1979 war Werner mit der Schauspielerin Antje Weisgerber liiert. 1978 kehrte Werner an das Theater in der Josefstadt zurück. Ab 1980 lebte er wieder in Wien und in Tallern in der Wachau. Die letzten Lebensjahre des oft als schwierig und exzentrisch beschriebenen Werner wurden von Depressionen und seiner fortschreitenden Alkoholkrankheit überschattet. Er hielt Lesungen und Rezitationsabende ab und organisierte aus eigener Tasche 1983 die erste österreichische Gedenkfeier im ehemaligen KZ Mauthausen. Am 22. Jänner 1984 veranstaltete er im Wiener Palais Auersperg in Eigenregie und ohne jede Unterstützung eine Gedenkfeier für die Juden. In Lichtenstein scheiterte er, wie zuvor schon in Innsbruck, mit seinen Theaterfestspielen. In Tirol verwenden sie die Bretter des Lebens nur zum Skifahren. Auch ein Faustprojekt mit dem ORF, der staatlichen Radio- und Fernsehanstalt Österreichs, konnte nicht realisiert werden. Obwohl Werner dieses Projekt minutiös vorbereitete, sämtliche Kosten berechnet hatte, damals wäre für 55 Tage Drehzeit ein Gesamtbudget von 3 Millionen Schilling für den ORF bezahlbar gewesen, und alle Schauspieler zugesagt hatten, verlangte Fernsehintendant Wolf in der Muhr nach eineinhalbjährigen Verhandlungen von Werner, dem ORF die, Gestaltung der endgültigen Fassung betreffend Schnitt, Kürzungen, Szenenumstellung, Titelveränderung, vertraglich zu sichern. Das war für Werner nicht erfüllbar. In Wien besaß Werner in seinen letzten Lebensjahren eine Wohnung im 8. Bezirk, Trauzongasse 3. Burgtheaterdirektor Achim Benning hatte ihn 1983 dazu gewonnen, die Titelrolle in Shakespeare's Julius Caesar zu übernehmen. Das Stück wäre dazu von Pavel Kohut bearbeitet worden. Werner, dem die Regie versprochen worden war, sprach in seiner Wohnung das ganze Stück auf Band und klebte ein Plakat mit der Aufschrift Caesars geheimes Feldlager an seine Wohnungstür. Das schon vorher geplante Oscar-Werner-Festival in der Wachau wurde vom dortigen Bürgermeister massiv behindert und belastete Werner nicht nur finanziell. Die für Dezember 1983 geplante Julius Caesar-Premiere kam nicht mehr zustande, angeblich weil Benning die Absprachen ändern wollte. 1984 starb Werner mit fast 62 Jahren in einem Hotel in Marburg an der Lahn an einem Herzinfarkt, als er sich auf eine Rezitationstourne durch die Bundesrepublik Deutschland vorbereitete. Schon zu Lebzeiten hatte er dafür gesorgt, dass er in Triesen beigesetzt würde, wo er viele Jahre, die Anonymität suchend, zurückgezogen gelebt hatte, und nicht in Wien, wo er ein Ehrengrab erhalten hätte. Seine ursprüngliche Grabstätte besteht nicht mehr. 2011 wurden seine sterblichen Überreste exhumiert, eingeäschert und die Urne an der südwestlichen Friedhofsecke beigesetzt. An der Friedhofsmauer wurde eine Erinnerungstafel angebracht. In Folge 30 der US-Kriminalfilmserie »Columbo«, in der Werner 1974 mitwirkte, sprach sich Werner in der ersten deutschen Synchronisierung selber, jedoch kürzte die ARD bei diesen Kolumbo-Synchronisierungen die Folgen, weshalb RTL sie neu synchronisieren ließ. In dieser Fassung wurde Werner von Miguel Herz-Kestranek gesprochen. Die im Jahre 2015 in ZDF Neo ausgestrahlte Folge hat Oskar Werner 1975 selbst synchronisiert. Eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus wurde von der ISSA – Akademie für ganzheitliche Kunsttherapie gespendet. Werner wählte für sich selbst den Spitznamen Teichsel und nannte sein Lichtensteiner Haus Teigsburg. Im Wiener Dialekt ist Teichsel das Wort für Teufel. Karriereerste Berührung mit dem Theater hatte Werner bereits während seiner Wiener Schulzeit bei Schüler Aufführungen. 1938 und 1939 folgen Komparsenauftritte für Filmproduktionen. 1941 debütierte der Schauspieler unter seinem Künstlernamen Oskar Werner am Wiener Burgtheater in einem Stück von Erwin Guido Kolbenhaier. Im Oktober des gleichen Jahres wurde er zum Dienst in der Wehrmacht eingezogen. Regelmäßige Freistellungen für Arbeitsurlaub ermöglichten ihm jedoch, weiterhin Rollen am Burgtheater zu spielen. Durch den Schließungserlass der Nationalsozialisten, der die Schließung aller deutschen Theater im Reich zur Folge hatte, drohte Werner die Versetzung an die Front. Dieser entzog er sich durch Flucht mit seiner Familie aus Wien. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs stand Werner am 17. Mai 1945 in einem Stück von August von Kotzebue wieder auf der Bühne des Etablisse Maronacher, das nach der Zerstörung des Wiener Burgtheaters als Ausweichbühne diente. In den Jahren bis 1948 blieb er am Burgtheater in Wien, spielte auch auf Tourneen in der benachbarten Schweiz. 1947 begannen die Vorbereitungen zur ersten großen Filmrolle. Der Engel mit der Posaune wurde für den Schauspieler zu einem großen Erfolg, für den er aber ohne vertragliche Grundlage vom Burgtheater in Wien zu Dreharbeiten nach London abreiste. Dem folgte die fristlose Kündigung durch das Burgtheater im Jahr 1949. 1950 erhielt er in Hollywood einen Sieben-Jahres-Vertrag von der 20th Century Fox, der schon 1951 wieder aufgelöst wurde. In dieser Zeit spielte er die eindrückliche Hauptrolle in dem Oscar-nominierten Antikriegsfilm Entscheidung vor Morgengrauen. Im Lauf der 1950er Jahre wurde Werner als Theater- und Filmschauspieler zu einem der führenden Darsteller seiner Generation. 1955 spielte er bei der Wiedereröffnung des Wiener Burgtheaters im sogenannten »Jahrhundert Don Carlos« in Schiller's Don Carlos die Titelrolle an der Seite von Werner Kraus, der den König Philipp II. spielte. 1958 gestaltete er für das Fernsehen den Film »Ein gewisser Judas«. Werner führte Regie und spielte darin die Rolle des Judas. Darin machte er seine kritische Haltung gegenüber der christlichen Religion deutlich. 1959 kehrte er ans Burgtheater zurück. Werner bezeichnete die von ihm verehrten Schauspieler Werner Kraus und Alma Seidler als seine »Wahleltern«, er stand mit beiden gemeinsam auf der Bühne. 1962 gelang Werner in François Trofos Kultfilm »Jules und Jim« der internationale Durchbruch. Werner und Trofow verband seitdem eine Freundschaft. 1964 spielte er neben einer internationalen Starbesetzung in das Narrenschiff und erhielt dafür seine einzige Oscar-Nominierung. 1965 lieferte er sich in »Der Spion«, der aus der Kälte kam ein faszinierendes darstellerisches Duell mit Richard Burton, wofür er einen Golden Globe als bester Nebendarsteller gewann. In Trofos »Verfilmung der pessimistischen Zukunftsvision Fahrenheit 451« von Ray Bradbury war er 1966 als Feuerwehrmann Montag zu sehen, der bei Bücherverbrennungen eingesetzt wird. Der Film bedeutete jedoch das Ende der Freundschaft zwischen Trofo und Werner. Die beiden hatten ein völlig entgegengesetztes Bild der Rolle. Werner, ein Zeitzeuge von Hitlers Bücherverbrennungen, wollte die Bedeutung der Literatur für die Bewusstwerdung des Menschen und das Verbrechen der Bücherverbrennung deutlicher darstellen. Im Laufe der Dreharbeiten begann Werner zunehmend Trofos Entscheidungen zu hinterfragen und seine Anweisungen zu ignorieren. Gegen Ende der Dreharbeiten wurde Werner sogar mit dem Vorwurf der Sabotage einzelner Szenen konfrontiert. Unter der Regie von Kevin Billington verkörperte Oscar Werner 1968 im Film Zwischenspiel den Dirigenten Stefan Zelter. Neben Anthony Quinn war Oscar Werner 1968 als zweifelnder Pater David Telemund im Film in den Schuhen des Fischers zu sehen. Er erhielt weitere Angebote wie von Stanley Kubrick, der ihm die Hauptrolle in einer wegen finanzieller Engpässe nie verwirklichten Verfilmung der Lebensgeschichte Napoleon Bonaparte anbot. Kubrick drehte dann 1971 Uhrwerk Orange, das Werner aufgrund seiner expliziten Gewaltdarstellung für problematisch hielt. So kam auch eine Zusammenarbeit beim nächsten Kubrick-Film Barry Lyndon für den unbestechlichen Schauspieler, der über 300 Rollenangebote als »Verrat am künstlerischen Geschmack« ablehnte, nicht mehr in Frage. Ab 1968 stand Werner nur noch zweimal vor der Kamera. 1976 trat er in »Reise der Verdammten« als »Dr. Egon Kreisler« auf. 1974 spielte er als Peter Falks Widersacher den Schurken »Herold van Wijk« in der Episode »Playback« der Krimiserie »Columbo«. Neben seinen schauspielerischen Erfolgen erlangte Werner große Bekannt- und Beliebtheit durch seine unverwechselbare Stimme, die mit ihrer sanften, poetischen Modulation und der charakteristischen Wiener Sprachverbung noch heute eine besondere Faszination ausstrahlt. Diese kommt gerade auch in den Hörspielproduktionen und Leseinszenierungen zur Geltung, in denen er als Sprecher mitwirkte, und die in seinem letzten Lebensabschnitt eine immer größer werdende Rolle einnahmen. Werners Stimme wird bis heute immer wieder in Werbung und Kabarett parodiert. Auszeichnungen 1965 New York Film Critics Circle Award für das Narrenschiff 1965 Oscar-Nominierung für das Narrenschiff 1966 Golden Globe für »Der Spion«, der aus der Kälte kam 1966 Grand Prix der Académie du Cinema Française 1997 zu 7 Schilling Gedenkmarke der österreichischen Post anlässlich seines 75. Geburtstags am 27. Mai 2003 wurde zu Ehren des Schauspielers in Wien im 6. Bezirk, Maria Hilf, die Kreuzung Millergasse – Mittelgasse – Garbergasse Oskar-Wernerplatz benannt.